Ich fand das Spiel sehr gut. Wir haben unsere Chancen größtenteils genutzt. Wir haben gut verteidigt, auch schon von Anfang an. Auch im Sturm wurde gut verteidigt, im Mittelfeld. Also alles gut. Was man im Grundsätzlichen gesehen hat hier im Spiel war auch, dass der HSV eine individuelle Klasse hat. Das hat man auch ganz klar im weiteren Verlauf des Spiels gesehen und man hat auch gesehen, dass wir irgendwo dann nicht mal dieses Tempo anknüpfen konnten, was der HSV dann gespielt hat. Auch wenn wir es natürlich kläglich versucht hatten, auch von hinten die Bälle natürlich stark nach vorne zu spielen, mit guten Kombinationen nach vorne zu kommen. Und da war einfach diese individuelle Klasse, die der HSV einfach besser gemacht hat als wir. Wir hatten vielleicht gedacht, dass wir, wenn wir guten Fußball spielen, so wie wir es in der Vorbereitung getan haben, mit dem HSV uns vielleicht ein Rennen um die Meisterschaft liefern könnten. Aber wenn wir so weitermachen, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht. Wir werden in den nächsten Wochen Hartwerte trainieren. Wir wissen, dass wir es eigentlich besser können und wir werden das hoffentlich auch umsetzen.